7 Moin fängt schon hier an und da wird wohl gebaut wir entwickeln schon zu sehen und wir haben heute bestie Himmelfahrt 2000 und 15 da kommt die Schuhe da ist der Hallo wir wollen erstmal den Greener auch ja und jetzt auch unser Diggi mit der Diggi Tricolor der kleine ja wenn irgendwas nicht stimmt dann fällt hier noch Abstrainer so heute wollen wir eine kleine Tour machen und nicht so viel aber vielleicht mal ab und zu mal eine Pause ganz locker ein bisschen entspannen heute so das Bäckerhaus ist weg und sehr abgerissen da kommt dann vielleicht ein neues Heim hin oder sowas mal sehen was da kommt das ist ja alles offen Politik ist ja sehr mannigfaltig das muss man so sagen hier die Speicherdahl haben sie schön gemacht das ist verkauft worden das gehört nicht mehr der Reitweisen da wurde was investiert und ihr ist die Davidswerf der sie die die blöken bröken das die Die Windmühlen, einige Dreifaltigkeiten in Fünffacher Ausführung. Da kommen noch zwei dazu. Das werden wir dann beobachten. Das war ein sehr wichtiges Schuss von Fünffacher Ausführung. Untertitelung des ZDF, 2020 Abzwälder in Kassdorf 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 So ein Haus mit Solar-Dach. Das ist am 14.05.2015. So eine schöne Lapswelle. Monoculturell. Hier kann man nochmal gucken. Ja, guck auf hier. So, dann machen wir mal einen Schnitt. Okay.